So, einen wunderschönen guten Tag. Heute habe ich frei. Datum haben wir heute den 3. Oktober, das heißt Tag der Einheit. Wir feiern die Einheit natürlich auch. Wir feiern, dass die Wiedervereinigung kommt, das ist ganz klar. Und heute bin ich mal im Chemnitzer Stadtpark unterwegs. Das heißt also, heute mache ich mal ein paar Videos davon, mache mal ein paar kurze Ausschnitte, versuche mal eine Zeitrafferaufnahme zu kriegen. Das Wetter ist ein bisschen regnerisch. Wir müssen gucken, was es gibt. Wir müssen gucken, ob wir noch ein bisschen nass werden. Ja, so im Hintergrund sehen wir jetzt hier schon einen schönen Teich. Da will ich jetzt gleich mal probieren, einen schönen Zeitraffer-Modus hinzubekommen. Ja, und das Video geht dann auch bei YouTube rein. Kann ich mich damals nicht mehr daran erinnern. Ich will bloß, wir sind an der Chemnitz vorbei, wo wir dann den, den... Ja, da waren wir doch auch in der Wohngegend, da waren auch noch 10er Teich. Ja, das kann sein. Da war eine Holzbrücke. Ja, ja, genau. Ja, da waren wir auch. Schmeiß dich hier gleich drin. Hier mit der Katastrophe bin ich heute unterwegs. Ja, wenn man hier zum Magen fotografiert, stimmt. Das sieht geil aus. So, wir haben hier irgend so eine Freilichtbühne jetzt entdeckt. So, meine Zeitrafferaufnahme habe ich gerade gemacht. Ist relativ gut geworden. Schön. Im Hintergrund hört man ein Kind schreien und rollen. Auch gut. Das ist so immer das Nonplusultra, finde ich. Radfahrer sind noch tödlich. Naja, das war aber irgendwas mal für Auftritte. Komm, Handy, kannst du mal was singen? Sing das Lied über den Arbeitgeber. Lieber nicht. Lass es. So, aus Datenschutzgründen sagen wir mal nicht, wo wir arbeiten. Was geschnitztes aus einer Wurzel. Wie im botanischen Garten. Ja, schön gut. Morgen. Morgen. Ja. Ja. Hier hinten hast du deinen Baucontainer vergessen. Hier, das ist unser Turm. Würde ich fast sagen. Nee, das ist auch nicht. Das ist derselbe, den wir vorhin schon mal gesehen haben. Das ist aber nicht unser, unser hier vom Heizkraftlack. Nein. Der ist doch blau-gelb angestrichen worden. Aber wir haben was für dich gefunden. Eine Freizeitbeschäftigung. Willst du kommen? Komm, wir rutschen mal. Da ist eine Rutsche. Komm, komm, rutsch mal. Sei mal wieder Kind. Ui, eine Rutsche. Eine große Rutsche. Gut, das finde ich jetzt hier immer wieder ein bisschen assi. Bekriegelte Bänke. So, da hinten haben wir eine Trauerweide. Ja, haben wir kleine Enten. So, die Trauerweide trauert. Die hat bestimmt meinen Lohnzettel gesehen. Da würde ich auch trauern. Naja. Nein, ich meine das Bild hier, so wie der Baum reinfällt. Das sieht doch gut aus. Eine Trauerweide. Ja. Moderne Kunst. Hier hat sich wohl ein Künstler wo richtig ausgelassen. Wir haben noch einen Pilz gefunden. Das Wetter ist heute eigentlich ganz schön. Nur der Wind nervt vielleicht ein bisschen. Bis jetzt sind wir noch trocken geblieben. So, wir hatten jetzt erstmal schön was gegessen. Im Hintergrund sieht man vielleicht die Polizei. Ein bisschen. Nehmen wir an, die wollen jetzt hier ein bisschen nur Präsenz zeigen. So, und jetzt geht es weiter im Stadtpark. Nur mal eben von der anderen Seite.